Leute, meine Katze, ey. Die läuft hier rum mit die Maus. Ich weiß nicht, ob ihr das hört auf der Aufnahme. Auf jeden Fall, Maus hier. Durch die Gegend und spinnt total. So, der Kragen des Vermächtnisses. So, wir pushen den Wirbel. Kommen, wir nehmen mal, was nehmen wir denn mal hier? Ja. Pressgeschwindigkeit, 37%. Klettergeschwindigkeit. Schadensbonus. Wir nehmen einen anderen Heiler und zwar Kyra und hier nehmen wir noch, wer ist denn hier noch? Griffin. Und hier nehmen wir noch Bucket. So. Zum Einsatz. So. So. Oh no. Wir haben uns Eier in der Umgebung gemeldet. Wenn uns jemand hört, wir brauchen Hilfe. Säubern Sie die Gegend, damit wir die Verteidigungsanlage aktivieren können. Okay. Die wollen unsere Eier töten. Aber nicht mit mir. Und ich brüte jetzt erstmal schön eins aus. Und dann mit dir. So, und dann kümmere ich mich um die Affen da drüben. Komm her. Hey, der lebt noch. Was ist er für ein Scheißaffe? Zack. Gesnackt, gesnackt. Gesnackt. Yeah, den haben wir auch erwischt. Snacken wir auch. Snack, 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 snack. Warum ist da hinten eine Kuppel? Die sind ja getötet. Wer ist denn hier? Ähm, zu welchem Ei gehen wir? 300 Meter? Da hinten sind es 100 Meter. Nehmen wir das. Was ist da denn? Achso, da ist das Loch. Oh shit. Ich bin nicht so leise, wie die dachten. Äh, wie ich dachte. Alter, ich brenne. Dann schleiche ich doch mal. Ei beschädigt. Scheiße. Aber hier das nicht, oder? Ne, das können wir schön ausprüfen. Danke. Oh, Menschen. Guck mal. Die esse ich jetzt. Hier liegt auch noch einer. Lag da nicht gerade einer? Hier liegt noch einer. So, 100. Da ist ein... Oh, der hat den gefangen. Schönes Tier. Kann ich da durchschießen? Scheiße, kann ich nicht. Ja, dann flüchte ich nach da drüben. Äh, da ist irgendwas explodiert. So, weggesnackt. So, mein Dings ist voll. Und, oh, Vögel, 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 Vögel. Ich gehe da hinten in die Ecke. Und zwar genau hier hinten. So, Benjamin, oder? Benjamin sind geil. Ja, jetzt bin ich ein fetter Krake, Junge. Ein bisschen Rüstung wäre gut. Wie gönne ich mir von dem da? Ei zerstört. Der hat irgendeinen Buff. Den Buff gönne ich mir. So. Mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Geil. Was hat der? Alter, hör auf, mich zu schlagen. Der macht ja meine ganze Rüstung weg. Jetzt raste ich aus. Was habe ich jetzt bekommen? Komm hier rein. Okay. Knappen, dir. Gleichangriff. Geil. Wer ist das denn? Achso. Oh, jetzt haben sie mich gesehen, bestimmt. Ja, Typ, such die doch mal. Rauf, auf mir rumzulaufen. Schön schleichen hier. Ich weiß er nicht. Ja, okay. Ist der auch auf der Suche? Ich kann sie nicht riechen. Aber was machen die? Wo sind die denn da? Yo, 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 yo. Turrets, Minen. Mach die Dinger kaputt. Ah, komm, den erwische ich. Ja, nimm meinen Wind, du. Komm, die Mine. Die Mine wird ihn killen. Ja, den haben wir erwischt. Komm, weg mit dir. Uah. Der fucking Bucket. Mine und Wind da reinboosten. Wer ist denn das da unten? Das ist die Healerin. Ja. Nein. Achso. Oh nein, wenn die das letzte Ei killen. Ah, okay. Ich hab's kapiert. Ja, ich hab gedacht, ich hab gewonnen. Ich hab gedacht, ich hätte alle gekillt. Jo, jetzt werden Turrets zusammengesetzt. So, schauen wir mal, ob wir hier was freigespielt haben. Ja. 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 Und? Laber doch nicht. Ursache 30.000 Schaden. Also der Böbel macht ja nicht so viel Schaden. Ja. Ich bin ja richtig schlecht dabei. So, wie viele Runden haben wir denn noch? Eine, glaube ich. Und diesmal sind wir im Nachteil. Die letzte Runde. Ob die noch aufholen können? Ich glaube nicht. So. Verteidigung. Ah, okay. Das ist wieder dieser Dingsbums-Modus. Ich weiß schon Bescheid. Und die Turrets machen mehr Schaden. In der letzten Runde hab ich da verloren. Da wusste ich noch nicht, wie das so läuft. Aber diese Runde geb ich mir Mühe, Leute. Auch wenn es schon spät ist und ich schon längst im Bett sein könnte. Macht aber nix. Hier wird Ewolf gezockt. Ewolf, der Boss. Da gönne ich mir doch mal eine Cola-Fläschchen. Ihr kennt das ja. Ihr müsst bei Cola-Fläschchen immer erst den Kopf abbeißen. Ne? Kopf abbeißen. Und dann ausdrinken. Ach, lecker. So. Wirbel. Noch mehr? Ach so. Benjamin. Nachbeben. So. Äh, Schadensbonus. Klettergeschwindigkeit brauchen wir nicht. Machen wir mal Resistenz. Boah, Unlust. Keine Lust, die Typen wieder zu verändern. Jo, jo. So. Das Transport jetzt ist fast bereit, aber die Zeit wird knapp. Wir brauchen noch etwas zum Betanken und die Monster stehen vor der Tür. Keine Vision und die Menschheit soll in ihrem Team einen Flügel. Gut. Selbst wenn ich verliere, müssen wir eigentlich noch gewinnen, wenn ich jetzt nicht zu scheiße bin. Alles klar. So, das Teil müssen wir zerstören. Wir müssen insgesamt drei von diesen Knoten zerstören. Und aber erst mal fressen wir uns etwas Rüstung an. So. Ein bisschen Rüstung anfressen. Zack, zack, zack. Das so auf. So. Mampf, 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 mampf. Da, fress den auch noch. Ja, schön viel Rüstung. Weiter fressen. So, Rüstung ist voll. Mehr brauchen wir nicht. Alter, die werden ja hier direkt, äh, direkt mal gebasht. Alter, ich werd hier gebasht. Ist ja nicht normal. So. Ich locke sie in den Hinterhalt. Ich seh sie nicht. Aung, kaputt. Alter, er macht mit Damage. So, Rüstung, 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 Rüstung. Snack, 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 Snack. So, Angriff. Oh, wenn ich jetzt alle treffe. Oh, die Scheiß-Turrets. Ich drauf jetzt einfach, ich einfach drauf, ja. Stirb, Maggie. Ja, einer ist tot. Schuhen wir weiter. Oh, Mann, ey. Die Zeit kaputt. Ich verpiss nicht mal. Ich brauch Rüstung, ich brauch Rüstung. Oh, Mann. Leute, 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 Leute. So. Dort unten haben wir was zu essen. Erstmal essen wir den guten Kerl. Oh, ja. So. Den essen wir auch noch zu Ende. So, Schleichangriff, schön. Essen, 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 essen. Diener gespawnt. So, zack. Da haben wir zwei Diener. Scheißdinger. Wir minen, was haben wir denn hier? Eine Bar. Ja, die bleiben natürlich auch nie alleine, die Kerl. So, hauen kaputt, hauen kaputt. Fuck. Hauen weg. Komm, Miene, Miene, Miene. Scheiße, krieg ein Schild. Ich krieg auch ein Schild. Ich muss dich verpissen. Muss Viecher essen. Wo haben wir denn welche? Da haben wir welche. Essen, 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 essen. So, essen, 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 essen. schön gibt es hier aber keinen Gegner mehr der wollen die mich jetzt suchen eigentlich Generator 2 so da kommen meine Typen raus gibt es hier keinen der mir einen besonderen Buff verleiht ich sneaker mal durch die Gegend vielleicht muss ich noch da hinten irgendwie so ich rieche mal da sind es zwei tot heiße wo bin ich ein Luftangriff so da kommen die Guys komm Prepper ist tot scheiße ich muss ich muss äh haben wir auch erwischt sehr schön so jetzt essen wir hier ein bisschen damit wir wieder ein bisschen Rüstung bekommen wer schießt denn da ey Henk Junge oh oh man ey wo haben wir Essen da liegt noch einer es gibt nicht genug Essen so da kommen wieder welche meiner Leute da haben wir jetzt einen Typ so aufessen 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 schön aufessen stört Maggie das sollt ist tot oh shit alter die Benjamin hat den erwischt alter wer schießt mich ab da ist das Teil aber da sind Turrets Diener sind gespawnt ich brauche Essen 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 so da kommen zwei Diener Support ist tot sehr schön Essen 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 so ein Turretod so aber das Ding kaputt Zweiter Turretod Flieg weg du musst das Turret killen so und tschüss erstmal essen Alter jetzt fliegen die mir hinterher oh shit so ich verbisse mich zu meinen äh Diener Guys so hier haben wir Essen so den ersten essen wir zweiten essen wir das ist ja noch ein Turret mach's kaputt mach's kaputt alter weg da wenn ich sterbe ist alles verloren oh man oh man hier gibt's nix mehr oder was kann um ja ja oh ein gefundenes Mal so komm die sind da ach das Ding kaputt ja 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 alles oder nichts wer hat denn oh man ey schön erwischt aufschießen Alter das Monster hat gewonnen runter von meinem Planeten Junge das Monster hat das Schiff zerstört Schiff zerstört Schiff zerstört Alter Übelst EP Goliath Bam oh Kragen Bam ja nimm mal nen Stein Junge oh das hat weh das hat bestimmt auch weh oh der Geist weggesnackt auf den Geist hab ich auch Bock warum überleben die trotzdem es kommen einfach zu viele weiter gucken wir mal erstmal die Charaktermeisterschaft an ja 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 und yeah guck mal was ich freigeschaltet habe ja ihr wisst was morgen gezockt wird 40 Zeichen ach du scheiße ok ok ja weltweiter Durchschnitt ist ja nicht so so was passiert jetzt fertig ah guck mal hier jetzt kann ich nochmal zerstört da haben wir gewonnen da haben wir auch gewonnen da haben wir auch gewonnen hier haben wir verloren alter die Zahl da unten Summe der Schäden bin ich bescheuert 43 Minuten jo und zerschönen gegebene Schüsse getötete Tiere getötete Monster kann ich die da irgendwie durchswitchen Ehrenmedaille achso ne die größte Bedrohung war ich ja auch sonst jo das ist der Krakenboy danke fürs Zuschauen in der nächsten Folge geht es dann mit dem Geist weiter aber den möchte ich erstmal so angucken und ja lass mir einen Daumen nach oben da für mehr E-Wolf und irgendwann zocken wir auch mal online danke tschüss Anzug bitte markiere meine Feinde denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden klick da drauf dann habt ihr mich auf dem Radar denn das ist im Battle wichtig damit ihr nix verpasst also tritt mir in den Arsch damit ich Feinden in den Arsch trete schick den Kommentar denn das heilt und es spart Leben viel mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen ach du Scheiße ich habe Verbindungsproben